Hallo und Willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ja, wir spielen heute Theodic Ghosts, Suchen und Retten auf Stonehaven. Mit dabei habe ich in die Arschbacken eingeklemmt, die Remington mit Rotpunktvisier und Griff darunter gemoppelt, gratis dazu die PTV. Als Parks habe ich eingepackt, die Fingerfertigkeit, dann Totenstille, Vollstärke und Hardliner. Als Abschlussserie gibt es in diesem knacken Gameplay auf der 3 das Z-Com, auf der 5 die wunderschöne und beste Commander Krieger, AuFantys und auf der 7 die Trinity Raketen. Ja, wir legen gleich mal los, haha, ja nur noch 4, dann wird getötet, 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 ja 1 go. Ja, wir gehen mal hier hoch, warum? Weil wir es können, weil ich so gut bin, weil ich so schön bin und weil ich es einfach kann. Ja, hier mein schönes Rotpunktisier sieht man natürlich ganz... Oh, da ist ein Gegner, tötet, 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 tötet. Ja, den habe ich nicht erwischt, mal ein Granärtchen und ein Easter Egg und nichts gebracht. und 2 sind daher können wir den schon erwischen erst mal sitzen mag schon fast nicht mehr in alter mann nichts mehr hier sieht aus verbündeter eliminiert und die stadt da ist er ja wieder töten 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 da nächste da auf der ecke barmfall in die fresse hier wunderbar alter hier kommen nächste ja ist erschöpft der charakter kann er nicht bringen so gehen wir den anderen weg hier im augen da kommt einer bada da 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 ja wunderbar hier weggenoppelt am martin das gibt nichts schöneres und da ein häuschen da gehen wir doch immer hinein vielleicht ist da was drin ne matratze wunderbar ja das ist ein gegner bada da 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 töten 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 vorräte warten auf zielvorgabe ja vorräte warten auf zielvorgabe da gehen wir doch gleich ein ziel vor erst mal hier unter der brücke durch ja da ist noch ein schönes ding hier das haben wir natürlich alles ein abschluss bestätigt ja wunderbar erst mal hier drüber ein schönes tor ja rundensieg natürlich euer kommander krieger der wunderbare schöne perfekte mann ist wieder auf dem ersten platz so spiel beginnt wieder in 10 sekunden da geht mir viel zu lange denn ich will töten 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 wir haben noch die raketen aus die abschusssachen vor uns die bombe sieht man da wunderschön ziel a und ziel b ja wunderbar bin ich am gewinnen erst mal da das hündchen rufen wunderbar granate für unsere zielvorgabe was ihr uns habt päckchen haben möchten ja hündchen gib mal aus dem Weg hier Helikopter bringt mal ein Paket Weihnachten ist heute und nicht morgen wachhund ja ok wunderbar wir haben wachhund schon wieder ein zweiter wachhund ist doch schön wird eliminiert wieder mal daneben so wir erst mal in der Maul verstecken so erstmal wieder hier rüber wir haben gleich Nord wir kämpfen nicht wir laufen immer von dem her kein Problem so komm mal Lena ich will töten 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 komm schon hier nur muss noch einer sein kann doch nicht sein hier ich hab noch ein paar Geschenke zu verteilen mit viel Schmackes Bomben platziert wunderbar leider nicht ich sollte ich sein ich bin ja der Beste hier der Schönste der Stärkste natürlich wie immer bin ich das hier noch 32 Sekunden dann kommt hier ein Paketchen und dann geht's weiter schön als Birkin übrigens wunderbar gefällt mir schön hier erstmal die Ruinen spiele mal ein bisschen Assassin's Creed ja bin ich nicht rüber gekommen ist ein bisschen in die Hose gegangen aber die Ruinen wunderbar hier ja gehen wir doch einmal hinein hier ist der Eingang da machen wir unseren Rundgang gehen wir mal in die Etreppe hoch wir machen es weil wir es können da da war einer dran nö granatchen und bam ja alles hier weg hier bisschen renovieren bisschen Platz machen und schon wieder Rundenzieg Ziel zerstört natürlich bin ich da auf dem Oberste Stelle wie immer das Spiel beginnt 10 Sekunden 11 Sekunden na toll hab ich mich verzählt ja kann passieren wenn ich will tönen 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 was ich bin nur auf dem dritten Rang das gibt's nicht das gibt's echt nicht ich bin der Beste und ich werde der Beste sein ja Bombe aufgenommen hat er ja wunderbar gehen wir wieder hoch wie immer wir klären das Berg genug nur weil wir es können nächste aktiviert brauchen wir alles und da noch ein Granätchen vielleicht will da jemand was haben guck mal in die Öl hinein also in das Haus hinein meine ich so und rüber ja geh mal das Flüsschen hoch geh mal ein bisschen schwimmen weil wir es können wunderbar kein Ding erstmal um die Ecke schauen und schöner Trucker und ein Hündchen willkommen hier in meiner Hündchen ja hier werden wir hinten dran ein bisschen stehen mal ein bisschen gucken da ist einer von uns da wollen wir nicht hin denn wir wollen ja töten töten und wenn da ein Stuhl steht geht das schlecht so Verbündete gerettet Feind eliminiert das kann passieren soll vorkommen habe ich mal gehört so schöner Eingang dort übrigens gebaut 1988 na ist ein bisschen später aber scheißegal wir wollen ja nur töten 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 ja hier hier ist eine schöne Mauer schon ja da mein Gott mich wurde getroffen was wurde getroffen was ist da da ist eine Mine die machen weg bam natürlich ist sie weg wie immer wir sind die Besten wir sehen das hier immer wir verrecken nicht denn wir sind Kommandokrieger die Füße weggeballert der wir ein bisschen Schmerzen umziehen haben da nützt auch viel Salbe nichts mehr so weiter geht's hier in das Haus hinein nachladen und erstmal rausgucken ach guck mal Überraschung hier haben wir schon Geschenke verteilt schnell schon Geschenke trennete Rakete ist hier freigeschaltet werden wir jetzt gleich benutzen aber zuerst mal ja Rundensieg wieder ich bin der Erster wie sich's gehört denn ich bin der Beste ich bin Chuck Norris vom COD der hat wunderbar in die Beine geschossen Schülterabschlusskamera die hat die Waffe verliert schön animiert wunderbar Halbzeit Seitenwechsel kein Ding Suchen und Retten ja machen wir sofort Ausrüstung ja was haben wir hier bin nur ein bisschen auf den Starkknopf gedrückt weil mir war langweilig denn ich muss wieder wahren bis sie wieder töten töten kann so 3 2 1 Töten 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 Ufer hat die Tränet die Rakete auf nö wollen wir doch nicht doch trotzdem so aber wir schießen nicht direkt auf sie denn wir wollen ein Feuerwerk warum weil wir es können und die wollen uns ein bisschen verletzen boh hab ich jetzt trotzdem erwischt selbst schuld wenn sie das Feuerwerk hineinlaufen Mann steht hier auf der Packung sollte nicht mehr für kleine Kinder Tja Schade wenn man das nicht befolgt aber ich bin halt der Beste ich weiß es von dem her ach da ist einer guckt mal da ist einer weggegangen da ist aber der zweite der läuft so schön vor dran für den haben wir ein paar Weihnachtsgeschenke gehabt wunderbar gehen wir mal die Treppe hoch wie schon vorhin und da hat mich etwas erwischt da ihr habt ihr ihn gesehen hinten dran gehen der sucht bestimmt hoch hier ist ein Easter Egg mein Freundchen BAM der da wir erwischt denn wir wollen ja tönen 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 ja wir haben einen Rundensieg und die sind erster wie es sich gehört mit einem mordsmäßigen Abstand von nicht ganz 200 und da auch schon wunderschöne Abgeschutzkamera wunderbar ins Bein getroffen schöner Blutspritzer das gibt eine Sauerei aber ich muss ja nicht wegpacken ich will ja nur tönen 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 siegreich ja wir sind erster so wie es sich gehört wunderbar wie es gewohnt sind null tote elf Abschutzer ich bin der Beste man sieht sich wieder am nächsten letzten Gameplay und bis dann euer Commander Krieger und bis dann